Musik Hallo, ihr Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK Playstation 4 und ihr seht gerade, ich bin verwirrt. Was ist hier schon wieder los? Ähm, ja, irgendwie ist hier vorne mein ganzes Glaszeug weg. Ich habe keine Ahnung warum, ob irgendjemand ein Dino drüber gejagt hat, dass das kaputt getrappelt wird, auf jeden Fall. Es ist weg und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt vielleicht weggebackt ist oder ob es jemand abgerissen hat oder irgendwelche Dinos drüber gejagt haben, die das kaputt machen. Ja, wie soll ich jetzt mein Gewächs, jetzt liegt der mit dem Schädel da oben drauf, ich weiß jetzt nicht, wie ich mein Gewächshaus bauen soll, wenn es am nächsten Tag wieder weg sein könnte. Wie gesagt, ich hatte noch ein bisschen gefarmt, weil ich das eigentlich heute mit euch fertig machen wollte. Aber, stimmt, stimmt, ich hatte mir, ich hatte mir vorgestern noch einen neuen Jeboa geholt, habe ich den auf der Schulter. Wo ist der hin? Ach, da, da, guck, den wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Ähm, ja, keine Ahnung, ist kaputt gegangen, ich hatte noch ein bisschen was nachgefarmt, hinten ist noch Metall in der Dings drinne. Ähm, ich werde wohl Lehmwände machen und auf den Lehmwänden dann vielleicht oben drauf die ersten Scheiben, weil anscheinend funktioniert das nicht so richtig und es geht halt kaputt. Warum auch immer. Irgendwie sind sowieso im letzten Jahr ziemlich viele Fehler aufgetreten, an die angeschrieben. Äh, ja, wir sind da hinten diese, der, die neue Höhle auf Ragnarok, da ist ja sozusagen ein Dungeon drinne und da sollen, glaube ich, irgendwelche, ich habe sie mir noch nicht angeguckt, sollen es irgendwelche Geister geben und so. Und seit dem Event funktioniert das unten nicht mehr und man bekommt keine Artefakte. Das ist anscheinend ein Bug, äh, der, ja, irgendwie mal behoben werden müsste, ist jetzt gerade ein bisschen Motte. Äh, nein, ist nicht Motte, sondern ist jetzt gerade ein bisschen Kacke. Was ist denn hier schon wieder? Oh, was ist denn? Warum parken ihr hier die ganze Zeit irgendwelche Viecher immer vor meiner Tür? Warum immer bei mir? Guck dir das an, das ist hier überall alles voll. Männer! Ich werde deine Viecher töten, wenn du sie noch länger hier stehen lässt. Ich bin Admin. Immer parken sie. Ich muss hier bald weg, Freunde. Das funktioniert nicht mehr. Da, die Bude wird immer größer, versperrt mir die Sicht. Jetzt parkt einer sein Boot hier vorne. Und hinten ist ein Alpha-Kano. Ja, wie gesagt, das Event sollte eigentlich schon längst beendet sein. Man kann, erst mal, äh, zur Info, man kann das Event nicht abstellen auf die Server. Und ihr seht, äh, ah, es sind immer noch lila Frösche da. Was mich, äh, ein bisschen irritiert. Aber ich denke mal, so in 1-2 Tagen... Mal, hör doch mal auf, jetzt auf den Sack zu gehen hier. 1-2 Tage müsste das Event, zwar beim letzten genauso, äh, war es dann automatisch weg. Ne? Einmal mal gucken. Gut. Jetzt müsste ich eigentlich in der Theorie weiterbauen. Ich weiß nicht, habe ich dann überhaupt noch Kaktusgelumpe da? Weil dann müsste ich... Habe ich noch immer ein bisschen was mit? So, 29... Aber die laufen auch so schnell ab und ich muss immer so viel davon nachholen. Ach, Sand haben wir eigentlich in der Theorie noch. Ich weiß nicht, was wir da noch alles drin haben. Gucken wir uns kurz nach. Ach, äh, ihr kommt ja, äh... Ihr habt die meisten dann bestimmt draufgeklickt, weil, äh, ähm, Thumbnail was ganz anderes drin ist. Und einige denken, okay, das ist eine neue Mod und so. Nein. Ähm, es geht um PixArk. PixArk wird am 20. März? Februar oder März? Ähm, 20. März. Mann, ich musste jetzt eben nochmal ganz kurz nachgucken. Ähm, das Spiel wird am 20. März kommen. Ich weiß nicht, ob für Playstation... Es stand, äh, zumindestens... Auf der offiziellen Seite steht zwar Playstation drinne, aber im Trailer wurde nur Xbox angezeigt und PC. Ist ein komplett eigenständiges Spiel, hat nichts mit Ark zu tun. Es ist wie Ark, aber auch gleichzeitig nicht. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Jetzt packe ich das rüber, bin ich bescheuert. Ähm, wie erklärt man das am intelligentesten? Ich weiß, am besten, äh, frei gerade raus. Ähm, es ist... Ein Voxel-Spiel? Manche würden sagen, äh, das ist wie Minecraft. Es ist nicht wie Minecraft. Es ist ein... Sowas nennt man Voxel-Spiel. Also, ein Spiel in Pixel-Optik, was... An Minecraft erinnert. Ja, ihr seid... Äh, liegt da richtig. Also, Craften, Bauen, alles drum und dran. Mit Dinosauriern, mit Bossen. Aber halt so aufgebaut wie Ark. Es ist ein... Es ist angelehnt an Ark. Es hat aber nichts mit Ark zu tun, weil ein komplett anderer Publisher dahinter steht. Ähm... Keine Ahnung. Ähm, ich denke mal, wenn es für Playstation rauskommt, werde ich es auch mal spielen. Es soll sozusagen ein Ark für, ähm, die jüngere Generation sein. Also, zum Beispiel, es gibt... Ab einem bestimmten... Ihr wisst, Ark ist, glaube ich, ab 16. Das Spiel soll ab 10 oder 12 sein. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber zumindestens, dass die jüngeren Leute auch ein Ark-Spiel haben. So habe ich es mindestens, äh, aufgenommen. Also, von Trailern her... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Seit dem Event, ne? Das mit dem Bogen... Das hatten wir in der letzten Folge schon. Jetzt geht er wieder. Da funktioniert... Der funktioniert nicht mehr richtig. Die haben so kaputt gemacht, den Bogen. Der lädt auch nicht mal richtig nach. Die Pfeile treffen zwar, aber kann das schon machen. Da muss ich hier nur mit der Pike rangehen. Ja, äh, wie gesagt... Einige werden jetzt sagen, ah, so einen Scheiß braucht er nicht. Es gibt doch das richtige Ark. Aber... Wenn es bugfreier läuft, ist das eine Alternative. Oder was sagt ihr dazu? So. So, ein Stück Wasser trinken. Wunderbar. Nicht, dass er jetzt kommt. Doch, er hat Bock. Er hat Bock. Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mich ganz kurz verstecken. Ne. Er... Er hat es verkackt. Mann, was ist denn... Was bugst du denn rum? Ping ist in Ordnung. Irgendwie in letzter Zeit spinnt Ark immer mehr rum. Das liegt aber nicht, weil zu viel gebaut ist. Einfach nur... Keine Ahnung. Ich habe es auch im Singleplayer-Modus momentan. Ich weiß nicht, was los ist. Seit diesem Event ist alles durcheinander. Fragt mich nicht. Ja. Äh... Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe es mir... Angeschaut. Fand es relativ gut. Für ein Voxel-Spiel. Und... Ich informiere euch noch mehr. Also wenn es für Playstation kommt, dann sage ich euch das natürlich. Logisch. Äh... Werd es auf meinem Kanal auch denke ich mal anspielen, weil... Voxel-Spiele allgemein interessieren mich. Auch wenn ich sie auf meinem Kanal nicht bringe. Und... Ja, Spiele... Der lädt es immer noch nicht nach. Spiele wie Ark sowieso. Interesse dran. Ähm... Ich brauchte Holz, ne? Holz waren mir jetzt irgendwie ein bisschen alle gegangen, glaube ich. Müssen dann... Ich habe jetzt, glaube ich, gar keine Axt mehr. Die habe ich, glaube ich, irgendwie verscheuert. Oder habe ich die hier reingepackt? Ne, 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 ne. Die Axt ist im Tühler. Der... Ah, ich habe auch noch Holz drin. Ach, komm. Wir haben es... Wir haben es wieder geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Gut, dass ich immer eine ganze Scheiß irgendwo zwischen parke. Auch wenn es, äh... Recht sinnlos ist, wenn es im Tühler ist. So. Herstellen. Waren wir nochmal. Stimmt, ich brauche eine Sohne. Eine Tür brauche ich noch. Dann craften wir ein paar Wände hinterher. Wird es, glaube ich, wieder... Wodan hapert es. Jetzt mal am Lehm. Möge ich mir trotzdem nochmal... Einmal Holz mit. Ich weiß. Du übersiehst immer alles. Das, äh... Das liegt immer in der Natur, Freunde. So. Dann machen wir nochmal ein paar Lehmwände hinterher. Mal zwei Stück. Ey, wie oft habe ich das jetzt gleich eingesammelt? Okay. Äh... Lehmwände. Komm. Können wir nie genug haben. Könnte eigentlich mit dem Tühler... Ne, den muss ich erst durchs Dach durchhieven. Wäre da ein bisschen kacke. Aber ich bin mal gespannt, was überhaupt noch... Ähm... Zwecks Modsupport irgendwie kommen soll. Es wurde ja vor langem... Vor sehr... Sehr langer Zeit gesagt. Okay. Der Modsupport. Also die Sponsoring Mods, die es auf dem PC halt gibt, die sollen... Sie sollen ja auch für die Konsolen kommen. Bis jetzt, bis auf Primitive Plus, ist ja eigentlich noch gar nichts passiert. Und Primitive Plus... Äh... Es gibt zwar ein, zwei Dinge, die angepasst wurden, aber... Es ist auch nicht gerade wirklich das Gelbe vom Ei, weil es verbuggt ist. Nicht richtig... Manchmal nicht richtig funktioniert. Hau ab! Sprachfehler drin sind und alles drum und dran. Ich, äh... Ich weiß nicht, ob Studio Wildcard irgendwie... Irgendwann mal Ambitionen hat, das Spiel mal wirklich in den Griff zu bekommen. Auf PC... Ja... Es schaut ganz gut aus. Es läuft auch... Wenn du die entsprechende Hardware hast, läuft es. Aber hier auf Konsolen... Es sind Anpassungsprobleme. Und da dran scheitert es irgendwie. Machen wir ein Gewächshaus. Ich mach mal... Nee, nicht so viele. Wie habe ich... Wie viel habe ich jetzt überhaupt gemacht? Und... Fünf... Das muss ich mal... Ich muss mir erst mal abzählen. Das hätte ich auch vorher machen können, ich weiß. Fünf... Dann packe ich mir erst mal die Fünf rein. Gucke ich erst mal, wie viel ich brauche. Ich habe mir nämlich überlegt... Wenn das unten mal kaputt geht, dann brauche ich die halt eins höher. Wenn ich die jetzt hier drauf setze... Eins... Zwo... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwölf... Dreizehn... Vierzehn... Fünfzehn... Scheiße, da bräuchte ich doch wieder so viel. Ah, Dächer muss ich auch noch machen. Du bist da wirklich... Das hatte ich in der letzten Folge schon angesprochen. Du bist da wirklich tagtäglich am Farmen und da funktioniert nichts. Genau wie das mit den Events. Das habe ich ja vorhin angesprochen. Die Events. Da kommt ein Event und durch das Event funktioniert dann irgendwas anderes nicht. Und das Event kann halt nicht manuell beendet werden. Genau wie sich jetzt viele beschwert haben, dass das Prägen nicht funktioniert, wenn die Werte auf einmal zurückgehen durch das Event. Das ist natürlich auch wieder scheiße, aber da kann ich nicht jedes Mal dazwischenhaken und jedes Mal irgendwie was hier dran am Server verändern. Das geht nach einer Weile dann auch auf den Sack, nur weil ein Event ist, dass es zwei oder drei Tage lang geht. Ach, ich wünschte mir irgendwie, dass mal wirklich bei ARK alles rund läuft. Aber ich denke mal, bis dahin gibt es schon ARK 2. Was wir auch mal als Thema hatten, weil die Entwickler ja gesagt hatten, Ja, wir könnten uns das gut vorstellen, dass ein ARK 2 kommen wird. Okay, Vorstellung und Ausführung. Das ist immer so eine Grenze, wo du sagst, okay, werden sie es machen, werden sie es nicht machen, sind sie schon dabei. Angefangen haben sie anscheinend noch nicht, was ich sehr gut finde, weil sie dann endlich mal hier ein bisschen an dem Spiel arbeiten können. Was momentan ja eher in Optik über, was ist jetzt, was eher in Optik übergeht statt Performance. Ich stelle mir einen pinken Kanu hin. Ist das hinter dir zu? Wer ist das denn? Äh. Ihr wisst, welches Tier ich am meisten hasse. Die stellen mir jetzt hier einen pinken und einen roten hin. Ja, und er frisst gerade meinen Trog leer. einen pinken und einen roten Kanu. Ähm. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Ja, äh. Wir haben einen pinken und einen roten Kanu. Bist du männlich und weiblich? Partnerbonus. Okay. Ja, weiblich. Männlich. Du bist nicht schön. Du auch nicht. Guck dir mal bitte die Krüppelfinger an. Hä? Wer ist das Tier? Ja, weil jemand sattelt. Was soll ich denn jetzt damit? Mann! Ja, komm mal mit. Du komm mal auch mal mit. Wo parke ich euch denn jetzt am besten? Da ist jemand zum Boss. Habt ihr das gehört? Das Geräusch? Da ist irgendjemand zum Boss gedüst. Okay. Äh. Äh. Ja. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Performance und so weiter, ne? Ich weiß. Äh. Leute, die mich jetzt noch nicht allzu lange verfolgen, die wissen nicht, wie sehr ich eine Abneigung gegen Kanus habe. Ich mein. Schönes Geschenk. Ja. Pinke und rote Kanus. Wunderbar. Ach, Mann. Gut. Wir machen jetzt noch mal beim... Ich mach jetzt schon mal die Dächer. Da kann ich jetzt schon mal 10 Stück drauf machen. Und dann müssen wir... Ja, ich weiß. Ähm. Ich brauche noch hier... Wie war noch mal der Name? Irgendwas mit P. Dieses kackende Ding, was du mit Stimberries fütterst. Ich weiß. Warum vergisst du dann immer den Namen? Weil ich mit den Viechern so wenig zu tun habe. Die hast du eigentlich nur da zum Kacken. Die nutzt du ja sonst nicht. Aber... Also... Zum Kämpfen nutzt du die nicht. Zum Farmen nutzt du die nicht. Die sind einfach nur für Kacke da. Oder... Ähm... Könnte ich mir ein paar Käfer besorgen noch. Käfer war auch nicht schlecht. Gut. Ähm... Mal erst mal die Dächer fertig. 10 Stück. Wunderbar. Und ich hoffe, dass die jetzt nächste Folge jetzt nicht wieder kaputt sind. Dann ärgere ich mich irgendwie. Weil... Wie wisst ihr ja das aufstellen? Ne? Das kostet ein bisschen Arbeit hier. Da musst du ja was investieren. Und wenn die dann jedes Mal kaputt sind... Das ist natürlich auch scheiße. So. Ich glaube, einer hat schon in den Kommentaren geschrieben, dass die recht schnell kaputt sind. So, machen wir mal... Zack, zack, zack. Müsst du jetzt eigentlich schon den Effekt hier unten kriegen, oder? Nicht gedüngt. Treibhauseffekt ist noch nicht. Alter, die Viecher, die hier rummarscheln. So. Zwei Stück noch. Ne, einer. Ähm. Da müsste ich ja auch noch wieder ein bisschen was ranfahmen. Woran liegt es jetzt? Ich glaube, entweder Metall oder Kristall ist fertig. Also durchgelaufen. Ich hole erstmal sowieso hinten gleich was raus. T-t-t-t-t-t-t-t. Und ich weiß, Ewigkeiten, Wüste will ich hier wirklich auch nicht abdümpeln. Aber momentan müssen wir halt. Ne, Metall habe ich noch genug drin. Zement habe ich auch noch genug drin. Also hapert es am Kristall. Ähm. Kann ja mal uns kurz gucken. Ich will jetzt aber nicht so weit fliegen. Also, wie gesagt, die Gebiete, wo wir jetzt sind, kenne ich immer noch nicht komplett. Also, ich fliege zwar ab und zu mal durch die Wüste, aber ich gehe... Ich gebe es zu. Ich gehe noch zu den alten Kristallspots hin und hole mir da immer was. Weil ich, äh, mich nicht informiere, wo was ist. So. Ah. Ja. Baut immer mehr hier hin. Baut es immer größer. Verdrängt mich doch alle. Was geht hier ab? Baut der Nächste hin? Wir bauen hier alles voll. Nur weil ich mir hier so einen schönen Platz ausgesucht habe, kommen jetzt alle nach. Mann. Guck mal. Da ist ein roter Arsch. Komm, sag es. Der hat einen pinken Bauch. Er hat nur rrrr gemacht. Sonst hat der Arsch. Komm. Gib ihm. So, Freunde. Ich bin in meiner Kristallhöhle. Wollen wir mal ein bisschen Kristall noch abfarmen. Also, Obsidian und Kristall, ne? Kannst du hier unten prima holen. Ich hoffe, dass nicht irgendwann einer so durche ist, die hier unten reinbaut, weil, äh, hier ist Farmspot schlechthin mit unseren Server-Einstellungen. Ähm, du kannst jedes Mal hier hinfliegen nach 10 Minuten klatschst wieder alles da und du kannst neu farmen. Was eigentlich ziemlich praktisch ist und ich denke mal, ja. Es wird keiner so blöd sein, die hier unten reinbauen. Werden. Wollen. Tun. So. Noch ein bisschen mehr. Komm. Das ist wieder so eine richtig, so eine Monster-Aufgabe, wo du die ganze Zeit einfach nur verbringen könntest. Ich habe gestern auch. Gestern? Ne, vorgestern war es. Vorgestern? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Aber da habe ich auch, glaube ich, äh, drei Stunden allein nur rumgeflattert und irgendwelche Scheiß gefarmt. Den Arji, den ich da vorne geschenkt bekommen habe, den habe ich ja großteils, äh, achso, du bist ja schon weg, nur auf Gewicht gemacht. Nur Gewicht, 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 damit er so viel schleppen kann wie möglich. Dann kriege ich nicht nur Stein raus. Ich bräuchte mal echt eine bessere Spitzhacke oder einen Enki. Wenn ich hier auf den Enki reinsetze, dann wird er irgendwann von einem fremden Quetz hoch, hoch und weggebracht. Ja, es gibt Leute, die machen sowas. Die schnappen sich einfach deine Tiere und schmeißen die irgendwo ins Meer. Hm. Gut, wie viel haben wir denn? Lalalalala. Na gut, Freunde. Ich mache jetzt hier erstmal Folgenpäuschen, denn das wird jetzt noch eine Weile dauern und glaubt mir, ihr wollt mir nicht dabei zugucken. Ich habe übrigens, äh, ja, mein Inventar komplett geleert und packe es in mein Tier rein, weil es gibt manchmal doch, äh, Leute, die meinen, sie müssen einen hochzuheben und fallen zu lassen. Ja, dann ist mein Zeug im Tier, ist halt so, ne? Ich fliege danach vom Server, Ende. Na gut, ich mache jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen und, äh, kommst du ja nur wie Obsidian raus. Äh, wir haben ein kleines Folgenpäuschen, ich danke dir vielmals fürs Reinschauen und, ja, wenn euch dieses, äh, Pix-Ark mal interessiert, könnt ihr mal bei Google eingeben, finde ich ganz interessant das Thema und vielleicht kriege ich dann später noch ein paar bessere Informationen ran. Ich sage immer, haut da rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, habt ihr Dach, ciao! Dachau! Tch-Tch-Tch-Tch-Tch! Vielen Dank.